Ja, gibt Erfahrungen, was soll's. Ja, die rauen wir mal schnell auseinander, die Jungs hier. Ach, bin ich vielleicht falsch gelaufen? Ich hatte mich nämlich... Oh, Moment. Haben wir schon gesehen im letzten Teil, deswegen ein bisschen Gas. Zirkel. Ich muss echt hier nicht so berauschen, was hier abgeht. Da bin ich wirklich falsch gelaufen, tut mir leid. Aber das ist Diablo, man macht sowieso alles doppelt und dreifach. Stört nicht wirklich weiter. Ja, ähm... Da ist er noch nicht fertig, jetzt aber. Alles klar. Tagebuch eine Totenbeschwerung. Vor 20 Jahren ist mein Mentor den Mächten des Bösen gegenübergetreten und siegreich aus der Auseinandersetzung hervorgegangen. Ich werde seine Leistungen nie übertreffen können. Aber ich werde versuchen, die wütenden Mächte, die drohen, diese Welt zu zerreißen, wieder ins Gleichgewicht zu bringen. In der Nähe von Chaldeum sind die Geister ruhelos. Ich muss sie besänftigen. Ja, im Außenposten waren wir schon. Jetzt gehe ich genau in die andere Richtung. Ach, das ist ja blöd. Sorry. Also, da habe ich mich eben verlaufen, weil ich nur kurz ausgelockt hatte. Beziehungsweise in kurzem Auktionshaus war. Und dann muss man das Ganze eben nochmal in die andere Richtung machen. Aber es ist ja nicht so wild. Und, äh, haben wir ja jetzt hier lang? Ne, das kann ich mir nicht vorstellen. Sag mal. Gibt's denn das? Die stechenden Winde sind wir jetzt wieder. Ich habe mich in Diablo verlaufen. Geht sowas überhaupt? Ja, anscheinend, ne? Oh, was für eine Katastrophe. Äh, ja. Die kennen wir schon. Seine Kumpels auch. Das geht noch nicht. Mehr Wut. Komm, räumen die jetzt um hier. Die blöden Fliegedinger, die gehen ja so auf den Sack. Äh, ja, ich bin falsch. Ich, ich gehe mal zurück, Leute. Das stechende Winde ist ja blöd sein. Findet Alkanus. Das war unser Ziel. Und jetzt gehe ich einfach hier im Wegpunkt. So, in welche Richtung schickt er mich jetzt? Außenposten von Kasim. Wenn ich jetzt hier runtergehe, bin ich wieder bei den stechenden Winden. Und wenn nicht da oben. Aber hier oben muss ich ja lang. Das ist ja sonst, äh... Das ist ja sonst, sonst, sonst Quatsch. Ich war schon richtig. Grob. Grob gesagt. Aber wenn ich alles erkundet. Ich glaube, ich weiß, wo lang ich muss. Ich glaube, nämlich hier unten. Da. Da ist es. Komm, Templer. Alter Klappstuhl. Da ist wieder was. Was habe ich jetzt gekriegt? Erleuchtet. Oh, gibt es Erfahrung nochmal ordentlich? Da liegt nur Krempel rum. Brauchen wir nicht. Da haben wir ja eben. Die Ruinen haben wir uns letztes Mal angeschaut. Da waren wir auch schon. Jetzt bin ich richtig, oder? Da unten lang. Ja, da unten muss ich lang. Richtig, richtig, richtig. Los, los, los. Rochschwert. Ah. Yes. Jetzt habe ich keine Monster zum töten. Doch. Bin schon erleuchtet. Dann habe ich noch so ein paar Furchtmonster. Da sind noch ein paar Templer. Mit Ruhe. Ah, noch ein Schrein. Was ist der? Wieder Erleuchtung. Alles klar. Begraben er erfrischt. Geht das jetzt auf drei Minuten? Schade. Das wäre eigentlich viel cooler, wenn er das erhöhen könnte. Noch nach fast 100 Gold. Noch eine Truhe. Gott, hier ist es wie im... Ah, Schatzkoblin. Schatzkoblin, Schatzkoblin. Und ranziehen. Ah, Mist, zau da ab. Der Hund muss ich aber jetzt das Goldchen mitnehmen. Wo ist er, wo ist er? Komm her, komm her. Wow. Wieder ordentlich Krempel drin. Und da drüben muss ich gerade mal das freischalten. Und da vorne leuchtet schon auf der Karte. Oben rechts leuchtet schon. Da kam gerade ein Riese raus. Und der hat es wirklich in sich. Belial, Herr der Lügen, ist der am schwersten zu passende unter den sieben Übeln. So wie ein Meister der Täuschung. Mehr Wut. Das geht noch nicht. Damit begann der Bürgerkrieg der brennenden Höllen. Damit im dunklen Exil der großen Üblen unserer Welt der Sterblichen endete. Nicht genug Wut. Wow. Aber der haut zu, meine Fresse. Ich habe mal einen Trank einwerfen müssen. Der ist echt bitter. Der Klappstuhl. Okay, wir sind in Alkanus. Sehr schön. Lauft und blickt nicht zurück. So ganz geschillt, wie er redet, ne? Währenddessen er schlachtet, er kommt nicht mal außer Atem, der Typ. Zu geil. Das ist sehr geil. Nicht genug Wut. Ja, das ist immer blöd. Oh, jetzt habe ich den zu lange rumstempeln lassen. Komm, komm, komm. Die kriegst du voll eingefahren. Aber derbse. He. So. Okay, Blausen dabei. Boah, die überleben hier. Da war noch ein Eingang, den würde ich den Kräner mitnehmen. Ihr seid jetzt sicher. Man muss die unterbrechen. Vorher. Bevor die hier rumstempeln. So. So nämlich. Verstehen Sie? Wir gehen mal kurz nochmal, bevor wir weitermachen, die Quest, gehen wir mal in die beiden Eingänge hier rein. Einmal unten links und einmal hier oben. Würde ich ganz gerne mitnehmen. Wer weiß, was da drin ist. Hey. Ja, hier können auch die Zivilisten entfüllen. Ich habe holen. Das ich den, dass ich den Zivilisten nicht erwische, wenn ich da rumsense. Schon herrlich. Den haben wir auch noch. Ich muss fliehen. Ja dann. Macht euch um uns keine Sorgen. Lauft. Oh. Ein bisschen wackelig eben. Und raus. Und jetzt hier runter. Da war nämlich auch noch ein Eingang. Yes. Den nächsten. Gerüchtend. Gleich wieder Level up. Hey. So muss das. Hardcore Level 20. Und dann haben wir den Fähigkeitenpunkt. Den nehmen wir gleich mit. Ich hatte vorher einen Pfund Fleisch und jetzt gnadenlos. Ne, kritische Treffer nicht. Erhöht euren Rüstungswert um 100% eurer Vitalität. Waffenmeister. Was für ein Kaiser würde sein Volk so leiden lassen? Kindern ist das Prinzip der Staatsführung fremd. Vielleicht liegt die Schuld bei seinen Beratern. Das ist wahr. Ich schätze, das ist das, was man in so einem Fall erwacht hat. Ich würde sagen, Nerven aus Stahl ist mal hier so idealerweise eine gute Variante. Also ich bevorzuge grundsätzlich immer defensive Fertigkeiten. Wenn es dann am Maximum oder an dem möglichen ist und es gut läuft, dann gehe ich auch ganz gerne mal Richtung Offensiv. Mehr Schaden verkürzt die Kämpfe ist ja auch wieder so ein Faktor. Je mehr Schaden man verursacht, desto kürzer sind die Kämpfe, desto schneller alles vorbei sozusagen und man kommt zügiger voran. Ganz klar, also hat all seine Vorteile, ganz klar. Aber wie gesagt, ich gehe den defensiven Weg. Das sind die nächsten. Ja, die haben schon ein bisschen mehr Leben. Man sieht, dass ich brauche da schon ein, zwei Schläge mehr. Wenn es hier hinten ist, unterbreche, habe ich gleich den nächsten am Sack. Okay, jetzt. Ach. Mal eben, erbeben. Den holen wir uns auch gleich hier. Klappstuhl. Oh, da ist noch ein. Und schreiben an Magda. Magda. Bedauerlicherweise wurde mir von deinem kläglichen Versagen berichtet, die Feinde am Außenposten von Kazim aufzuhalten. Aber wenigstens ist die feindliche Spion entgefunden worden. Wenn wir sie und ihre Verbündeten erst ausgeschaltet haben, wird sich diese widerwärtige kleine Welt mir unterwerfen. Und vielleicht auch dir, wenn du überlebst. Ja, wenn. Da haben wir den nächsten. Hab ich gereicht, nicht? Sind die bald fertig hier, oder? Nee. Glück gehabt. Ja, desto länger die klopfen, desto weiter kommen die in ihrer komischen Metamorphose da voran. Keine Ahnung, was zu sein soll. Die verwandeln sich halt eben dann in die etwas heftigere Gegner. Deswegen idealerweise Feuer umlegen. Bevor sie da fertig gekloppt haben. Okay. So, haben wir das auch hier gesäubert. Klir. Für alles, was heilig ist. Und rein da. Da ist versteckte Hexe. Magda. Magda höchstpersönlich. Eure Illusionen können euch nicht mehr schützen. Unwichtig. Während du mich gejagt hast, hat Belia als kaiserliche Wache deine kleine Hexe, Leia, gefangen. Bald wird ihre Macht ihm gehören. Oha. Okay. Dann hauen wir eins rein. Wir brauchen ein bisschen Blut. Und dann muss ich gucken, dass ich sie an irgendeinem Punkt festnagel. Okay, jetzt ist sie immun, dass sie gesund ist. Ich brauche mehr Zeit. Mist, jetzt ist sie abgehauen. Ey, das ist ein Mistvieh. Genau aus meinem Erdbeben raus. Das ist ja sehr bitter. Sehr ärgerlich. Nicht genug Wut. Hättest du vorher betäuben sollen, dann hätte ich es ja kurz drin gehabt. In diesem Scheiß. Aber gut, ihr seht auch, ähm, das ist echt gut. Vorwärts gehen mit ihr hier. Gar kein Problem. Und wieder die anderen Klappstühle. So, Madame Butterfly. Der Zirkel ist zerschlagen. Ruht in Frieden, Deckard Cain. Ein weiterer Triumph für die Rechtschaffenheit. Lass das Böse zittern. So sieht's aus. Und wieder zwei Sachen. Als ich dem dunklen Zirkel beitrat, war er schwach und untätig. Für die Anführer war es in Ordnung, nichts zu tun, während die Großen übel in Gefangenschaft waren. Ich überredete eine andere Hexe dazu, mir zu helfen und sie zu vergiften. Und gemeinsam übernahmen wir die Kontrolle. Sie verließ zwar den Zirkel nach einigen Jahren, doch ich machte weiter und führte ihn unter Lord Belial wieder zu neuer Größe. ...überstanden. Und vor uns liegen noch weitere. Es freut mich, dass wir sie Seite an Seite bestehen werden. Jo. Mich auch. Sehr schön, haben wir die auch umgelegt, die alte, Madame Butterfly. Dann gehen wir jetzt mal zurück und schauen. In ihren letzten verzweifelten Augenblicken schwor Magda, dass der Dämonenfürst Belial bald über unsere Welt herrschen würde. Ich bin nun alles, was noch zwischen ihm und dem Ende der Menschheit steht. So sieht's aus, liebe Leutchen. Das ist als Zweihänder ziemlich schmächtig, ziemlich mau. Bloß 20 DPS ist echt nicht viel. Das kann man vernachlässigen. Aber es lief ja ganz gut bis dato, dass ich würde sagen, ich bräuchte noch kein größeres Equip. Ich könnte mit dem Equip, mit dem ich aktuell aktiv bin, noch mal den nächsten Quest-Hub durchgehen. Und macht das auch. Und ich nehme euch da natürlich wieder mit. Wir sehen uns dann gleich in der nächsten Folge. Ich mache erst mal Mittag. Ihr seht oben, 11.47 Uhr. Ich habe Hunger. Bis gleich, ne? Euer Bergi. Ciao.